Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Es ist lange her, dass wir gespielt haben und jetzt spielen wir das auch gerade live im Stream. Aber ich nehme es separat auf und habe alle Alerts und alles aus. Das heißt, ihr auf YouTube müsst euch nicht über komische Sachen wundern. So, und ich habe nochmal in die letzte Folge reingeguckt. Da sind nämlich so Leute. Wir müssen mal gucken. Warte mal. Ich muss gerade mal kurz in die Scheuung reingucken. Nein, das war die Waffe ziehen. Das war zielen. Das war gar nichts. Das war hören. Genau, das wollte ich eigentlich. Natürlich die letzte Taste, die ich drücke, ist natürlich hören. Wir haben auch relativ wenig Munition. Scheiße, hier stehen ganz schön viele. Okay. Das ist nur eine Flasche, ne? Scheiße. Der Bob sagt, dass wir weiter expandieren können. Neuer Anführer. Der gleiche Scheiß. Naja, er sagt, jetzt wo genug Leute auf die Ausgänge aufpassen, können wir uns ausweiten. Und was genau wird uns das bringen? Ich weiß nicht. Vielleicht finden wir Treibstoff für die Generatoren. Ich will einen alten Projektor reparieren. Filme anschauen oder so. Das wird nie passieren. Ich habe das Expansionsgeschwätz schon oft gehört. Und wenn wir es versuchen, werden verdammt viele von uns getötet. Okay, da komme ich noch niemals vorbei. Da komme ich noch niemals... Vorbei. Okay, ich glaube, wir gucken lieber nach einem anderen Weg. Weil das sind mir doch ein bisschen zu viele. Und ich habe, wie ihr seht, zwei Schuss. Zumindest in der Pistole. Wie wechsle ich nochmal Waffen? Wie wechsle ich nochmal Waffen? Also, nee. Halten zum Wechseln. Ich habe diese Pistole mit zwei... Okay. Ich habe mir diese Pistole mit zwei Schuss. Okay. Ich weiß halt auch nicht genau, wo ich hin muss. Das ist das Problem. Ich will denn nur eine Flasche? Ich fürchte, wir müssen durch dieses Haus. Bin mir aber nicht ganz sicher. Okay, wenn ich hier vorbeigehe, sehe ich mich ja sofort. Scheiße, wie soll ich denn hier vorbeikommen? Kacke. Das sieht schon sehr gut. Ich glaube, hier direkt kamen wir auch nicht vorbei. Weil die standen da ja auch. Ich kriege ich übrigens die ganze Zeit. Ja, da steht der. Okay, der andere sieht uns da nicht. Dann haben wir hier vielleicht noch eine Chance, irgendwo lang zu kommen. Vielleicht gibt es ja auch noch irgendwo Munition oder so. Oh Gott, ich habe das so ewig nicht mehr gespielt. Okay, vielleicht kommen wir hier ein bisschen weiter voran zumindest. Okay, ich gehe mal ganz leise. Ich glaube, Ellie kann ja nicht auf sich selbst aufmerksam machen. Das heißt, die kann nicht alleine gecached werden. Die wird wahrscheinlich nur gecached, wenn wir gecached werden. Das ist ganz viel Cache jetzt. Wie ging das noch so? Cannabis, Scheren. Kommen wir hier weiter? Ich glaube, hier kommen wir sogar rum. Hier kämen wir sogar rum. Die sind da hinten. Das heißt, ich könnte vielleicht hier lang gehen. Okay, ist alles ruhig. Komme ich hier weiter? Aber hier könnten wir vielleicht nach oben. Dann haben wir das Haus. Oh, das sieht sehr gut aus. Wir haben das Haus, glaube ich, umgangen. Und können jetzt in die obere Etage. Ich hoffe, ich hoffe sehr, dass wir da hin müssen. Ich habe keine Ahnung. Wir schleichen mal weiter. Rein zur Sicherheit. Scheiße, hier oben sind auch welche. Oh, fuck. Die kann ich aber erwürgen, oder? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, ich kann ja nur diese Klicker. Die muss ich erstechen. Aber die müsste ich eigentlich auch erwürgen können. Aber ich habe Angst. Jetzt geht der weg. Dann gehe ich auch. Da ist noch einer. Fuck, 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 fuck. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Das sind viel zu viele. Das sind viel zu viele. Wo ist denn der Typ jetzt? Ach da. Kann ich mal ganz kurz speichern zur Sicherheit? Weil wir jetzt hier schon mal durch sind. Zehnter Dritter habe ich das letzte Mal gespielt. Zehnter Dritter war der älteste Safe. Sorry, ich muss mal gerade ein bisschen auf Nummer sicher gehen hier. Deshalb speichere ich mal gerade. Scheiße. Siehst du das? Nein, nein, nein. Da ist gar nichts. Da ist gar nichts. Da ist gar nichts. Wo ist der? Wo ist der? Ach da, da steht er. Okay. Ich versuche gleich nochmal, wenn er nach rechts geht, falls er jetzt nochmal geht, nachdem ich ihn da getriggert habe, falls er nach rechts geht, den dann mal irgendwie zu erwürgen. Wenn der links da nicht gerade dann ist, der steht da hinten gerade am Fenster. Haben wir jetzt ihre Ordnung durcheinander gebracht? Jetzt kommt der gerade. Und der steht noch. Der geht aber nur bis hinter das Regal, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Bewegt er sich jetzt nie mehr, weil der mich einmal gesehen hat, oder was? Das wäre ziemlich kacke. Aber der geht da hinter das Regal, bleibt dann da stehen. Und der steht auch da. Geh dann nicht mehr weg, bitte, bitte geh weg. Bitte geh doch einfach. Ich habe nur zwei Schuss. Es kann nicht sein, dass er jetzt da stehen bleibt. Das kann doch nicht sein. Oh, bitte. Bitte nicht. Da haben wir ein bisschen mehr Schuss für. Oh nein. Habe ich es verkackt? Habe ich es schon verkackt in der ersten Folge dieses Let's Plays im Livestream? Okay, okay, okay. Der scheint es erst nicht mehr zu bewegen. Guckt die ganze Zeit zu unserer Tür. Das heißt, wir müssen noch gucken, ob wir irgendwie anders gehen können. Warte mal, habe ich denn hier eigentlich keinen... Falsche Taste. Habe ich noch einen Bogen? Schrotflinte. Vielleicht nehme ich die lieber. Ich könnte natürlich auch hier unten rein. Da ist da einer und da einer. Da hinten ist auch noch einer. Vielleicht ist jetzt da hinten natürlich auch noch einer. Das hätte ich dem vielleicht gerade mal erwürgt hier. Aber der kommt jetzt auch noch. Nee, der geht wieder weg. Kommt jetzt wieder zurück. Ach, scheiße. Ich hasse so Stealth-Passagen, weil ich denke, ich mache immer alles falsch. Nee, der geht jetzt noch weiter weg. Und vor allen Dingen hier weiß ich halt überhaupt gar nicht, wo ich hin muss. Das ist mein Problem gerade. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll. Aber noch ein bisschen eine Schere und Cannabis. Das ist sehr schön. So, wir könnten uns jetzt hier hochschleichen. Dann wären wir oben. Dann muss ich gleich mal den Chat fragen. Die mir vielleicht wenigstens sagen können, in welche Richtung ich... Ellie! Sch, sch, sch. Oh, da steht ja einer. Habe ich ja gar nicht gesehen. Kacke. Du siehst mich nicht. Ellie! Du machst mich verrückt. Ich versuch, den mal gleich zu erwürgen, oder? Nein! Scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße. Sehr gut, sehr gut, Ellie. Kannst du gar nicht erschießen? Das wäre super. Okay, hier ist Exit. Au. Okay, können wir einfach... Sind wir richtig? Oh Gott, haben wir es geschafft? Nee, nein, da kommen noch ein paar. Äh, wie nimmt er seine Waffe? Komm schon, komm schon, ey. Äh. Schieß doch! Jetzt! Hilf mir mal! Oh, du! 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 Oh, oh, oh! Gut, dass wir auf leicht spielen. Gut, dass wir auf leicht spielen. Da kommen noch mehr. Er muss hier irgendwo sein. Nein, nein, er ist weg. Er ist weg. Hier ist niemand mehr. Another three soldiers died. What's it going to take? Give up. Haben die jetzt? Na, komm, jetzt kommen sie jetzt alle. Oh, dafür wirst du bezahlt. Ja. Noch jemand? Was ist denn noch? Au. Wie sind denn das noch? Warte, ich muss nachladen, warte, 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 guck. Oh, scheiße, Joe. Ich glaube, wir sollten einfach mal gehen. Wie wäre es damit? Komm, LW, ich gucke mal. Hey, guck auf! Alter, wie viel sind denn das noch? Hallo? Ey, 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 ey. Oh Mann, du sagst es, ey. Warte, ich muss nachladen, warte, warte, warte. Ich sehe schon, die YouTube-Sanitare, das hättest du auch einfach im Stealth machen können. Und das Problem ist, ich weiß, dass ich das einfach im Stealth hätte machen können. Ich habe es auch versucht, ich habe es wirklich versucht. Ich wollte wirklich Stealthy, Stealthy vorgehen, aber es hat leider nicht ganz geklappt. Den hast du sehr gut erwischt, Ellie. Das ist sehr gut. Hast du sehr, sehr gut gemacht. So, haben wir noch irgendwie einen Muni oder irgendwas? Jetzt noch einer? Willst du mich verarschen, Alter? Ja, du sagst es. Warum sind denn da so viele? Wie viele Menschen können in diesem Haus sein? Okay, ich glaube, wir gehen jetzt gleich einfach weiter, sobald ich hier alles gelootet habe. Wie lade ich nochmal nach? Ich weiß es nicht. Okay, die reden noch. Wir sollten mal weitergehen. Wie lade ich denn nach? Achso. Ah, okay. So scheinbar. Mal sehen, wo sie hinführt. Sie führt nur wo. Ach, hierhin. Hierhin führt sie. Okay. Wir haben die Stelle geschafft im First Try. Zwar nicht ganz elegant, aber wir haben sie geschafft. Runter, 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 runter. Da sind noch mehr. Los, schnell mit der Brücke. Okay. Hauen wir ab? Oh ja, haut ab. Okay. Die haben uns nicht gesehen. Let's keep it that way. Da ist die Brücke. Wir sind jetzt näher dran. Glaube ich. Dann weiter so. Na komm. Okay. Äh, wie kann ich nochmal craften? Nein, nein, nein. Äh. Warte mal, wie komme ich denn ins Crafting-Menü? Was macht der? Achso. Ja, das ist eine gute Idee. Scheiße, ich habe vergessen, wie man ins Crafting-Menü kommt. So kann ich einfach nur so herstellen. Aber es gab da auch dieses andere Menü. Ah, genau, natürlich, hiermit. Okay. Ähm. Das nutze ich alles nicht. Messer. Ich habe nur eins. Warte, ich kann jetzt ein Messer herstellen. Okay, Messer und Gesundheitskästen kann ich herstellen. Das ist ja... Oh, Medikets, Entschuldigung. Medikets. So, jetzt fehlen uns nur noch Lumpen. Da haben wir gerade nix. Okay. Äh. Wie kannst du das weglegen, bitte? Und nochmal die tolle Pistole. So. Rotes X an der Tür. Frage, lohnt sich das? Komm, wir machen es mal. Okay. Oh, hoffentlich gibt es hier was Brauchbares. Ja, das hoffe ich auch. Ich hoffe, das hat sich gelohnt. Das ist jetzt hier mein Messer dafür. Na, es gibt Pfeile. Oh, da gibt es wenigstens noch eine Flasche. Toll. Oh ja, Munition. Oh ja, Zahnräder. Snipermunition. Ja, ja. Noch mehr Pillen. Sehr schön. War das ein Lumpen? Ich dachte, das wäre ein Story-Zettel gewesen, den ich aufgesammelt habe. Na gut, bis auf die Pfeile war hier alles relativ nützlich. Äh, ich möchte doch lieber... Da ist was zum Lesen. Okay. Gucken, was sagt die Zeit? Ja, das können wir noch lesen. So, Brief von Mutter. Äh... Mein Sohn, mein kleiner Junge, ich habe ihn heute begraben. Was hat er getan? Sich Protesten angeschlossen? Jetzt nennen sie ihn Verräter. Gut, ich zeige Ihnen, was ein Verräter ist. Ich gehöre jetzt zu Ihnen, zu den Rebellen, den Aufständischen. Sie haben mir eine Pistole, ein paar Kugeln und einen Auftrag gegeben. Ich werde sterben, aber Sie auch. Wie viele Väter und Mütter wie mich gibt es da draußen? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese Stadt fällt. Schlagen wir den ersten Stein heraus. Na, diese Sicht der Dinge nützt niemanden. Geht so, ne? Kann ich zufällig... Äh... Hallo? Achso. Ah, ich kann eine neue Klinge herstellen. Super. Super. Es hat ja auch mal irgendjemand gesagt, dass es oft so ist, dass man das Zeug sozusagen wiederkriegt, wenn man so eine Tür aufmacht. Wenn man dafür ein Messer verbraucht, kriegt man da oft, äh, Messer drin, sozusagen. Oder Klingen halt, um wieder Messer zusammenzubauen. Ich schaff den Sprung nicht. Wenn du mir rauf hilfst, kann ich das Brett bewegen. Äh, wo... wo rauf? Hier rauf? Wo... äh? Wo rauf möchtest du denn, liebe Ellie? Ich weiß nicht, wo du rauf möchtest. Äh, wo... äh? Hey, da ist wieder eins, äh... von diesen Floßdingern. Taugt das was? L3. Ah, okay. Ich muss das holen. Ah, okay. Ich muss das holen. Und dann kann sie... Stimmt, sie kann nicht schwimmen, ne? Ich glaub, sowas... Ja, ist ja gut. Kann ich untertauchen? Muss ich untertauchen? Da fährt ein Panzer. Was ist das denn? Oh, Mann! Oh, was für ein schritte Ort. Die haben die, die sind gerade mit einem Panzer vorgefahren, haben ein Kind über... äh, äh, getötet. Erschossen, gewassert, wie immer. Nichts zur Hölle. So, ich komme! Ich komme! Was war das denn gerade? Steig auf! Wir gehen durchs Hotel. Ähm, okay. Ähm, okay. Wir gehen durchs... Oh, Entschuldigung. Keine Angst, du fällst schon nicht runter. Halte dich nur fest. Bei meiner Steuerung. Wir gehen durchs Hotel. Ich weiß nicht genau, wo das ist. Ist das ein Hotel? Oder müssen wir hier hin? Nee, boin, Entschuldigung. Hier scheint es ja nicht weiter zu gehen, ne? Halt ich gut fest. Oli. Ich weiß nämlich nicht, wo wir hin... ...wollen und sollen. Da? Ah, Hotel. The Hotel Grand. Boin. So, dann gehen wir hoch. Ich... ...versuche hinterher zu kommen. Leg das Brett so hin wie die. Oh, okay. Ich rutsche da runter. Welches? Ah. Aha. Und ich sehe, wir sind hier alleine. Und ich sehe, wir werden uns in der nächsten Folge weiter angehen. Ich danke euch sehr fürs Zusehen. Und ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bei The Last of Us Remastered. Macht's gut. Tschüss, Jan!